Guten Nacht zusammen, Glück auf, Ahoi, Schalömmchen, Moin und vor allem, Heya BVB, ich bin hier in Dortmund und zwar in Dortmunder. Also, Willkommen zum Museumssonntag bei Buddy and Soul Denken, Fühlen, Zähneputzen. Kommt mit, seid gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, liebe Freunde, das Dortmunder U, für mich ein ganz besonderes Museum der Extraklasse und absolut Ruhrpott, weil es ein ehemaliger Brauereiturm ist, in dem wir uns hier befinden und in dem mehrere Etagen Ausstellungen beherbergt sind. Ich habe die Kunstausstellung oder die Sonderausstellung Body and Soul angesehen. Das hat mich absolut fasziniert, weil es mich wirklich an meinen Kunstunterricht erinnert hat und ich wirklich immer noch erstaunt bin, wie viel man aus den Kunstwerken, Ausstellungsstücken und Objekten herauslesen kann. Ich kann euch an Besuchungen überwärmstens empfehlen, gerade auch des Panoramas wegen, also raus auf die Dachterrasse und einmal gucken, dort und von oben. Und dieser irre Sound, den ihr gerade gehört habt, der kommt offensichtlich aus einem Ausstellungsraum. Da gehe ich besser nicht rein. Ich gehe lieber runter. Das ist mir zu schrill. Das ist mir zu schrill. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020